Musik Ich leite ein Team von 20 Mitarbeitern im Kommerzbereich. Unser Einzugsgebiet ist Graz, Graz Umgebung, wo wir ungefähr 4.800 Kommerzkunden betreuen. Also die Rahmenbedingungen in meiner Tätigkeit sind auf jeden Fall der Kundenkontakt. Das ist mir relativ wichtig. Ja, als Regionalleiter der Steier-Märkischen Sparkasse habe ich doch ein Gebiet regional zu verantworten, das doch in einer Autostunde in etwa von meinem Punkt vom Büro aus zu erreichen ist, aber hat damit auch eine gewisse Herausforderung. Für mich als Mutem ist die Steier-Märkische Sparkasse der ideale Arbeitgeber. Ich kann einen wirklich interessanten Job ausüben und es beeinträchtigt aber mein Familienleben nicht. Es sind bei uns die Arbeitszeiten so geregelt, dass jeder innerhalb oder die Arbeiten so verteilt, dass jeder innerhalb seiner Arbeitszeit die Arbeiten problemlos erledigen kann. Man hat relativ viele Möglichkeiten. Man kann sich wirklich in den Arbeitstag als Server einteilen. Es gibt Schalterzeiten und dann aber auch Beratungstermine. Die kann man sich dann individuell, wie es einem passt oder wie es den Kunden passt, einteilen. Ja, in meiner Verantwortung ist jeder Tag ein anderer. Es kommen immer wieder unterschiedliche Wünsche von Seiten der Kunden oder auch meiner Mitarbeiter an mich heran und werden herangetragen und somit kann man das nicht immer so genau planen. Mehrarbeit kann natürlich vorkommen und auch von der Führungskraft angewiesen werden. Man bekommt es ausbezahlt oder verbraucht es in Form von Zeitausgleich.